Ich lasse mich gerne vögeln in Dark Rooms und ich bin in einem Kollektiv. Wir machen unsere eigenen sexpositiven Partys. Ist geil. Moment, Moment, Moment. Nein, Sie haben sich nicht verhört. Es geht tatsächlich darum, ob sich jemand gerne in Dark Rooms vögeln lässt. Ich traue mich, er kann es auszusprechen. Das wurde heute auf der Bundespressekonferenz angesprochen und es war keine Frage von mir. Es war eine Frage vom Kollegen Christian Vollrath von der Jungen Freiheit. Eine Frage, wie man sie von den meisten anderen Kollegen nicht erwartet hätte. Schauen Sie sich das an. Ich gebe nicht mehr einen Senf dazu. Voilà. Ich hätte eine Frage ans BMVG. Es bezieht sich auf den Fall der Frau Oberstleutnant B., die als Transgender eine gewisse Prominenz erzählte und in einem öffentlich zugänglichen YouTube-Podcast unter anderem sagte, ich zitiere wörtlich, ich lasse mich gerne vögeln in Dark Rooms und ich bin in einem Kollektiv. Wir machen unsere eigenen sexpositiven Partys. Ist geil. Auf unsere Anfrage, inwieweit dies mit § 17 Soldatengesetz vereinbar ist oder eben nicht, wonach das Verhalten eines Soldaten auch außerhalb des Dienstes das Ansehen der Bundeswehr nicht ernsthaft beeinträchtigen darf, halten Sie mit, Sie könnten dies aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommentieren. Im Unterschied dazu haben Sie im vergangenen Jahr im Fall eines anderen Offiziers, der als Referent bei Ihnen im Haus tätig war und bei Instagram ein falsches Gefällt mir geklickt hat, hier in der Pressekonferenz sowie via Twitter die Vorwürfe gegen den Soldaten aufgegriffen und mitgeteilt, man werde das umgehend sorgfältig prüfen und habe sofort Ermittlungen eingeleitet. Ich frage also, wie begründen Sie diese Ungleichbehandlung? Wieso gilt für den einen Offizier, der sogar prominent in der Öffentlichkeit steht, der Persönlichkeitsschutz und für den anderen nicht? Das trifft sich gut, dass Sie mir die Frage stellen, denn ich habe Ihnen auf beide Anfragen geantwortet und es gilt nach wie vor der Persönlichkeitsschutz. Ich sehe überhaupt keine Ungleichbehandlung. Ich werde zu beiden keine Stellung nehmen. Was ich Ihnen aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir den Eindruck bekommen oder es Meldungen gibt, dass etwas unrechtmäßig leuchtet, dass wir dann selbstverständlich uns das sehr genau anschauen und darüber hinaus kommentiere ich beide Fälle nicht. Aber nochmal die Frage, Sie haben aber in dem vorigen Fall öffentlich diesen Fall durchaus kommentiert und der war einer konkreten Person zuzuordnen. Das teile ich nicht. Ich habe gar nichts kommentiert. Das sind Persönlichkeitsschutzrechte und alle werden gleich behandelt und das gilt in beiden Fällen so. Und wie gesagt, es gibt inhaltlich zu beiden Fällen nichts zu ergänzen. Inhaltlich nicht, aber Herr Thiels hat hier in der BPK dazu Stellung genommen. Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Herr Lücking dazu. Ja, ans BMVG wäre in dieser Hinsicht nicht eine Differenzierung notwendig. Der angesprochene Fall von damals, der hatte ja dienstliche Inhalte. Der jetzt angesprochene Fall hat ja rein private Inhalte. Wäre es nicht an der Zeit, die Social Media Regeln der Bundeswehr diesbezüglich nochmal deutlich zu überarbeiten? Ja, vielen Dank, Herr Lücking. Sie haben das, glaube ich, verfolgt, dass die Social Media Regeln angepasst wurden. Das ist ja auch schon, ich weiß nicht, zwei Jahre her. Das wird kontinuierlich weitergeprüft, das, was das Thema Social Media Regeln angeht. Was eine Differenzierung angeht, so teile ich das nicht. Es ist eine sehr klare gesetzliche Vorgabe. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns sperren, irgendetwas zu sagen. Wir dürfen es schlichtweg nicht aus rechtlicher Sicht. Und dem kommen wir selbstverständlich nach. Und wenn Sie unterscheiden in privat und in, sage ich mal, dienstlich, dann tun wir das selbstverständlich auch. Zu beiden Fällen kann ich Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich gerade getan habe. Statt eines klassischen Backstages heute ein altes Video von mir, etwa zwei bis drei Jahre alt, in dem es genau um das Thema geht und auch um die Hauptfigur der Frage heute auf der Bundespressekonferenz. Sehen Sie es einfach an, bevor ich es lange beschreibe. Voilà. Die Bundeswehr wird aber auch nach innen vielfältiger aufgestellt sein müssen. Nicht nur das Thema Männer und Frauen. Sie braucht viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Sie wird in breiter Diversität sich aufstellen müssen, auch für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Guten Tag und ein neuer Frontbericht aus Charlottengrad, der heute begonnen hat mit einem Video unserer Verteidigungsministerin. Auf dieses Video kam ich, weil ich vor wenigen Tagen mit Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen zusammensaß und ihnen davon erzählte und sie wollten es mir nicht glauben. Sie sagten, du machst Blödsinn und das kann nicht sein. Dann sagten sie, das muss Satire sein. Und heutzutage hat man ja immer seinen Minicomputer, seine Britannica, sein Brockhaus in der Tasche und dann habe ich via Handy dieses Video ihnen gezeigt und die konnten sich gar nicht mehr einkriegen. Sie sagten, das gibt es doch nicht. Das ist unglaublich. Bei aller Begeisterung für die Integration von Behinderten ist doch die Frage, ist die Bundeswehr der richtige Ort, um das zu forcieren? Das klingt für mich etwas wie mehr Nichtschwimmer zur Wasserwacht. Und wir machten dann schon ganz böse Witze darüber, wie sich die Bundeswehr entwickelt, ob vielleicht die Taktik ist, dass man einen potenziellen Gegner dazu bringt, dass er sich zu Tode lacht. Stellen Sie sich das mal vor, da ist der Aufmarsch und jetzt hier die Parade, das dritte deutsche Infanterie-Regiment und dann mit den Rollstühlen und ich meine die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen oder die Russen, die fragen sich doch, was ist mit uns los? Das fragen sie sich ohnehin. Wissen Sie, was man mir in Moskau sagt? Da gibt es zwei Denkschulen, die sind sehr interessant. Die eine Denkschule in Moskau hinter vorgehaltener Hand, die sagen, naja, eure Armee, Zitat, zitieren dürfen wir noch, ich sag's ja nicht, Vorsicht, Vorsicht, also alle politischen Sittenwächter, Zitat, Russland, nicht meine Meinung, die sagen, die Bundeswehr ist völlig verschwult und wenn wir euch angreifen wollten, dann würden wir das nach 17 Uhr machen, da ist die Kita zu, da würdet ihr euch überhaupt nicht mehr verteidigen und da würdet ihr nur sagen, ach nein, Krieg, nein, geht ja gar nicht, das ist schon Dienstschluss. Die zweite Denkschule, teilweise übrigens Überschneidungen, die sagen, uns Russen könnt ihr so leicht nicht hinters Eis führen. Was? Wieso können wir uns nicht hinters Licht führen? Dann sagen sie, ja, 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 wir wissen, was eine deutsche Armee ist und ihr mit euren Fake News. Dann sage ich, welche Fake News? Dann sagen sie, ja, von wegen Hubschrauber, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen, Kanonen, die nicht schießen, Flugzeuge, die falsch betankt wurden, dass ihr keine Munition mehr habt. Wir glauben euch kein Wort. Ihr wollt nur unsere Wachsamkeit einschläfern. Ihr wollt uns träge machen. Ihr wollt uns einflösen. Ihr seid nicht bis auf die Zähne bewaffnet und ihr seid nicht wehrhaft. Aber wir haben das in der Geschichte erlebt und wir glauben euch kein Wort, dass die Bundeswehr in so einem Zustand ist. Und da kommt man sich als Deutscher dann etwas dumm vor, wenn man entgegnen muss. Nein, da gibt es wirklich Probleme bei der Bundeswehr. Das wird einem nicht geglaubt. Und das, obwohl in den russischen Medien viel darüber berichtet wird, zum Beispiel über die Kommandeuse, eine Frau, die zur Kommandeurin ernannt wurde, die ein umoperierter Mann ist, was in Russland mir dann sogar Freunde vorhalten und sagen, schau dir mal an, wie böse unsere Propaganda ist. Die machen wohl nichts mehr. Stopp. Die greifen selbst die heiligen Dinge an und verbreiten solche Fake News. Und da sitze ich dann etwas gequält da und sage, ja, es ist keine Fake News. Und als guter Patriot verteidigt man das dann natürlich auch selbstverständlich. Ich sage ja, das muss so sein. Und Diversivität und ihr habt keine Ahnung, was echte Wehrhaftigkeit ist. Und in einer Armee, ihr verwechselt das, ihr Russen. In der Armee kommt es auf Diversivität an. Und wenn die Anteile der jeweiligen, sie glauben mir das nicht, sie sagen dann, du machst Watsch, aber ich muss ja patriotisch sein. Was will ich denn machen? Es ist ohnehin, also unsere deutsche Bundeswehr, die stellt die Russen vor riesige Aufgaben. Aber die Deschiffrierabteilungen im KGB und im Kreml, die haben, bin ich überzeugt, ich weiß es nicht, ist ja geheim, aber ich bin überzeugt, die haben schon Sonderabteilungen und Krisenstäbe gebildet, weil sie versuchen zu deschiffrieren, was sich hinter dem Begriff Unisextoilette für ein neuer Gefechtskopf verbirgt. Die versuchen herauszukriegen, was wir in Wirklichkeit für eine neue Wunderwaffe meinen, wenn wir von Frauen-Pissoirs sprechen und sie sind mit Sicherheit, rauchen die Köpfe und sie sind am verzweifeln, weil sie sich denken, was haben die Deutschen da wieder ausgeheckt? Warum können wir diesen Code nicht knacken? Warum wissen wir nicht, was das für ein neues nukleares Rüstungsprojekt ist, das man als Unisextoilette bezeichnet? Der Gedanke, dass Unisextoiletten wirklich Unisextoiletten sind und dass darüber die Diskussion geführt würde, der wäre für die Russen etwas abwegig und das würde man dort überhaupt nicht glauben und deshalb fehlt in Russland das Verständnis für dieses unglaubliche Friedensprojekt. Es ist eigentlich eine großartige Sache, eine Bundeswehr, die sich quasi selber auflöst, ein Land, das so pazifistisch ist, dass es die eigene Armee zu einer Art Wohltätigkeitsveranstaltung machen möchte, zu einem Wanderzirkus. Sie werden mir das nicht glauben, das deutsche Kontingent in Litauen, das dort eingesetzt wird mit vielen anderen NATO-Ländern. Diese anderen NATO-Länder haben alle höchst moderne Verschlüsselungstechnik für ihre Kommunikation. Die Deutschen haben dort eine Verschlüsselungstechnik, die ein Kind mit einem Funkgerät abhören kann und die ganzen anderen NATO-Länder mussten dann für viel, viel Geld ihre Sicherheitstechnik downgraden, damit die so primitiv wird, damit sie auch mit der deutschen Sicherheitstechnik, mit unserer Kommunikation mithalten kann. Ja, es ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist eher zum Heulen und es hilft nur Galgenhumor. Es hilft nur der Humor zu sagen, es sei ein Friedensprojekt, aber in Wirklichkeit ist es das natürlich nicht, weil Frieden funktioniert ja nur durch Abschreckung, wie die Geschichte leider zeigt, es ist eben nicht ein großer Kindergeburtstag auf der Welt. Es ist eben nicht so, dass alle Vegetarier sind und leider haben das viele bei uns nicht begriffen. Wenn man sich die Geschichte ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass das ins Auge gehen kann. Wollen wir hoffen, dass wir Glück haben, auch was anderes als auf Glück kann man eigentlich kaum noch hoffen. Danke fürs Zuschauen, alles Gute, auf Wiedersehen, abonnieren Sie uns, bleiben Sie dran, schauen Sie wieder rein.